Herzlich Willkommen ihr verrückten Fabelwesen. Hier ein weiterer Ausschnitt aus unseren Zockerabenden. Abonniert gerne. Ich will ja jetzt mal wieder das Schwimper zu machen. Kann mir mal einer erklären? Also wir starten in dieser Box mit dieser Flasche. Ja, und da laufen wir jetzt raus. Hey, die Schminker ist da. Bye you. Die Vorentellungen sind ja eh noch da, ne? So, das erste hätten wir schon mal analysiert. Wenn du das T drückst, kommst du in das Herstellen-Binie. Oh, noch einen Moment. Und dann kannst du Sachen bauen. T. 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 die chaos genau wenn du drückst kommst du in dein inventar dann kannst du auch ausrüstung anziehen genau dann gibt es sachen die du erforschen musst die tust in diese in diese komischen Mikroskope dadurch erschallt es zu Neubaupläne man wird zu 10 und baust du halt auch zu machen ein Gruppes so wie viel Platz im inventar hat man dann die zwei Rennen einfach nach vorne und sagen nichts komischerweise von dieses Mannes Doppel das haben wir gar nicht mehr naja ich habe schon das Motor ausgemacht richtig seit ihnen da hinten schon Sprassling und Stein Sprassling was passiert wenn man ekliges Wasser trinkt dann wird man krank ja nicht wirklich gesundes Wasser gibt es wo ist die Schminker? hier ja du musst auf die Blätter gucken ich möchte da hinten äh die Grashanne da oben ist ein Tautropfen und dann nimmst du jetzt irgendwas im Haus dagegen und den kannst du trinken oh lol wir sollen es dringend bevor oder unten ok ja 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 ich bin noch neu im Kleinsein also im so Kleinsein wie kann ich denn den Kiesel in die Tasche packen? ach shadow gib die Probe äh mit i und dann weglegen krass 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 richtig geil rippstuh rippstuh ah ah Matschkuchen wo sei denn? müssen wir hier auch irgendwie so ne Art Base bauen? ja hier können wir noch richtig schön ne Base bauen aber ich würde vorschlagen dass wir die da bauen wo es besser geeignet ist als hier ne? mhm hey Numpeh hat schon ihr den Gras haben abgerissen ja warum auch nicht so easy Numpeh so schnell was ne scheinlich dass ein also Pizze also ich bin die einzige die das spiel nicht kennt das ist nicht ausgeschlossen wie baut man denn so Grashalmer ab mit der Axt welche Axt die du craften musst auf C so wo soll man denn jetzt bauen muss man die richtige Städte suchen oder also die erste lager so ein klein hätte ich jetzt hier an dem wie soll ich sagen an der batterie oder an dem dinge läuft gemacht also ich hätte ich hätte das erste lager da hinten bei dem bei den beim den kleinen sound gebaut wo man da so schön auf den stunden drauf bauen kann ein spinnen echt jetzt ja das ist doch super da hinten die baumstunden sind alle gerade die sind aber heftig ich bin das weiß ich schon so am anfang bin er sie tun hässlich hässlich sind ihr okay den kannst du dich anlehren so ähm als ein rück für ein rückzugsort ja ähm könnte mal kommen hier ist noch traubensaft oder was immer da du bist ja wenn wir freuen mich grad büsten mit futter und trinken keine ahnung es ist dafür ja immer so gut aus und schuldig ist ja das war's man kann die nur ein minuten alle das noch muss ich kann man das trinken am ehemal ich bin halt das ist kein pancho das ist mein urin kann man im spiel auch pinkeln da ist ein marienkäfer man ich brauche noch für eine achsen stein schön die sache ableben ja ist sehr lieb wenn man eben erstmal so nichts macht oder ja das ist ein totales wesen der kannte zu rumsteigen und machen dann da ist eine ameise ich will keine schlagen wenn du denen was machst dann genauso die spinnen nix machen sie dir alle hinterher hatte warte doch ich hatte uns eine larve für die fücher muss ja so ist es wie hin und nehmen hat es genommen und jetzt hast du das weg naja da liegt wo mich wünscht man machen dass sie die sachen nehmen ja schon mal so kleine viecher loch und rumlaufen paar ameisen rumlaufen wir sind gut gegen die laufen und wir rüste ich jetzt die axt aus das ist mit der platte aus die muss man töten natürlich aus dem kann man ich tolle pantoffeln machen ja du hast da unten ein leichter von 1 bis 8 ja ich drücke dann einfach auf die jeweilige taste ich drücke auf die 1 rüste ich habe mich aus du kannst du bist schon der an der 1 bis 8 über den buchstaben hast du schiff vielleicht aktiviert hast du dich gestresst schminkern ja hast du was auf die leiste abgelegt wie abgelegt ist da was in der leiste drin ja und wo hast du deine axt auf welcher nummer auf der 1 drück mal v ja jetzt bei v ja jetzt geht's so geht's dann machen wir es halt so du fütterst die ameisen was muss ich ihnen machen sind voll süß wir müssen irgendwie ein lager finden würde ich sagen ihr wisst aber schon dass wir erst gebäude bauen können wenn wir burgl geholfen haben bei den spinnen ich könnte jetzt etwas bauen echt was kannst du ein bauern ende aus wenn mehreren wänden und türen könnte ich jetzt tatsächlich ausbauen du musst halt die sachen sammeln das ist grün diese platten aus dinge nett oder nicht bloß wände und türen aber das kein fundament und alles ja das fundament bekommt schon hin aus schlamm leben deswegen wir müssen uns erst mal anfangs baseball und so eine vorübergehende kacke womit man solche ausbauen können ja ja bauschen boden das krieg schon nur dann ich habe es aus 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 dings aus löwenzahn gemacht mein fundament und dann macht das war ja dazu muss damit mit burgl reden und burgl bei den spinnen das löwenzahn ja aber warte mal weil das geht ja erst wenn der scheiß laser aktiviert worden ist naja dann machen wir halt die lese meine wir müssen ja nicht da hinten unbedingt unser baseball aber wir müssen burgl halt burgl was ist burgl erklärt nicht mal auf burgl ist burgl dann wirst du sehen wenn du burgl wenn wir burgl treffen ich hätte schon vorher eine base gebaut wenn ich ehrlich bin ich weiß auch nicht mehr burgl ist ich kenne den auch nur nicht du kannst burgl nicht der gute alte burgl da ist er schon runter ich will auch sowas was ist was was ist was ach das ist es harz baumhaus aber das macht doch für schminker trinken lust ja ich bin gerade hier zu rausholen fall doch ab musste ich mich ich habe euch verloren folge einfach den symbolen ja jetzt habe ich es gesehen oder macht die map auf ich hab auch durst dann trinkt ne ne hast du durst viel ich bin noch zur hälfte ich mich noch vorher ein bisschen mehr nein funktioniert das was ich nicht mehr vorhabe jetzt habe ich es tatsächlich runter ähm das heißt numpe braucht auch 3000 tropfen numpe oh ich hab ihn er wollte weg jetzt bei mir warte ich halt ihn auf warte ich denke immer schnell weg ich trinke mich dann wirst du hast dann nein achten nicht ich waschen ja so immer würden wird ja schon sehr rad so müssen wir es anfangen uns wohnen lager zu bauen wo feier machen können und so hat er schon ja 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 und so dann gehe ich halt jetzt die laser machen ist ein rüsselkäfer böse nein aber wenn du sie zerhackst dann sind sie durch zwei geteilt ja dann mache ich halt jetzt macht du mal die laser ich baue hier einfach mal ja hallo ich kenne den spieler noch nicht sowas denkst du wie ich mich gefühlt habe wo wir hier das andere spieler gespielt hatten welches spiel auch für vorerst aus da hat die angefangen der für alles zu bauen ich habe gar keine ahnung was die der macht ja das kenne ich irgendwo her tschuldigung es kommt mir so bekannt vor schenken 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 und da hat sie alles abgene das ist der richtige laser ich glaube schminkern irgendwie hat schmerzen das hat mir wehgetan du hast dir wehgetan die vertreten Oh, die Viecher sind böse. Alter, ich hätte versucht zu helfen. Ich bin auch gern fertig mit Bauen, machen wir, ich mache noch nix. So, stirb. Jetzt gleich. Wie hast du den Spixi gemacht? Ja, drückt C, da steht ganz groß, Speer ganz oben. Stimmt, ich kann noch gar keine Fenster machen, shit. Ich möchte hier in Eingangsbereichen. Oh, ein Schlag noch nicht mehr tot. Oh, oh. Ah, fuck! Schminker! Hilf mir auf! Ja, wie? Ja, runterlaufen zu mir unter der Erde. Kämpft ihr gerade gegen Spinnen? Ich seh nix. Wie, du siehst nichts? Hä, ist alles schwarz. Du bist nur vorgerannt. Ah, jetzt. Werde wieder von irgendwas oder irgendwen. Und es ist Schminker. Fühlst du dich nun sicher an? Hallo, ich hab kein Licht. Ich hab doch Licht. Komm doch zu mir. Wollen wir jetzt wieder raus? Ich bin doch hinter dir. Wo denn? So. Wow! Ich wollte mir einen Spixi ausrüsten. Kann man euch helfen? Ja. Ich glaub, da ist Hopfen Malz verloren, mir zu helfen. Hm. Schminker, wenn du diese Backsteine hier mit dem Hammer haust, dann bekommen wir daraus bessere Steine, die wir später brauchen können. Ich tue das. Aber ich muss hier irgendwas ändern. Also das hier. Den. Ja, genau den. Es kommt gleich zu dir. Ihr braucht keine Hilfe, oder? Nö. Milben tot. Was? Schon wieder tot? Milben tot, ja. So. Milben. Ich bin mittel im Dunkeln. Ich baue mir lieber auf eine Facke. Ich baue mir lieber auf eine Facke. Ich bin mittel im Dunkeln. Aha, Shit. Ich kann mir keine Fackel bauen. Doch. Achso, das muss man jetzt mal erforschen. Ich bin nur da, Schminker. Einer Jason. Einer Jason. Wieso kann ich da nix hinbauen? Da traf ich doch grad einen Superbauen. Eben auch da so eine Stelle, wo ich nichts tun bauen könnte. Pausen werfen, ausladen. Ich hab schon ein bisschen was aufgenommen. Wie kann ich das jetzt verbauen? Lol, das ist ja hell. Nicht unterstützt, sagt er mir. Warum machst du nicht weiter? Danke. Nicht unterstützt. Ich kann vielleicht hier weiterbauen. Ich seh... Ach je. Na ja, das sind aber Sachen, die braucht man dafür. Brause oder Fackel. Hä? Hier ging es? Ja. Hier ging's gut aus. Aber in manchen Stellen steht dann einfach so nicht unterstützt. Genau. Jetzt ging's. Sau komisch. Okay, ich zeig auf allem glaube ich alles. Ja, das haben alles. Kommst du gefordert? Ich hab keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Auf jeden Fall sollten wir vielleicht die Glätter rundherum erst mal fällen. bisschen freimachen, damit man Platz anführt. Fürs Lager. Minka, bist du noch hinter mir? Jaja. So sieht Ton aus, gell? Mit so der Information. Dazu brauchst du Schaufel. Bleib am Brüllen. Du auch. Kommst du? Kommst du? Ah, jetzt kann ich spawnen. Achso, ja, ich wollte Schaufel geguckt. Was ist denn da? Achso. Aus diesen Steinen kannst du auch Steine machen, gell? Aus diesen Steinen kannst du auch Steine machen, ne? Schäbischau. So war's. Ganz genau so. Schäbischau. 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 Bleib stehen du Stein, du. Schäbischau. Wer kommt so wo man? So. Schäbischau. 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 oder bei der bühne ein unterschluss da bist du hier bauen ich versuchte gerade merke keine unverhunger oder so schlecht zwei sachen auf einmal ist gut ja und die kraft fähig ist erklärt ich schaue mir aber schon wenn so drittes wird dann habe ich gut dann habe ich links erst und was das hier mann wenn wir es nicht geben ich habe schoko wie kann ich dir geben nehmt euch hier gibt's pilze zu messen kompletten nur lecker wie verrückt ist das denn mein steamlabs spinnt grad übelst rum und schulden und schulden die auch jetzt geht's aus mehreren von diesen pflanzenfasern wie kann ich ihnen das essen drückt die nummer auf der das essen ist erstellen ja grobes seil ich habe das aber links nicht und jetzt und kreuztengeln wir müssen in die richtung das ist ja sicher ach so hier steht einer direkt im weg das ist du so nochmal gleich mal ein lagerfeier rinnen so er hat irgendwas angestuft siehst du da ja so an der tür ist sie kaputt ich hänge fest du hast ihn aufgemacht da ist der baum ich gehe nach pilze suchen ja die schmecken sowas weil ähm das ding ist jetzt ein baum ich gehe jetzt ein baum wir gehen jetzt quasi hier in den baum äh nicht in den baum in den baum ist schlecht wir gehen jetzt hier raus ach so hier bist du ja hier bin ich wo bist du ich komme das hat Türen noch hin zu vorne springen ich freue mich ich freue mich ich freue mich aber ich werde geht wusste ich gar nicht also wie gesagt äh schminker ich würde uns erstmal hier einquartieren ist ein großes Leutelfleuch wir haben hier schon ein kleines äh Wittchen gebaut kommt hier rüber ja wir brauchen auch noch irgendein ja mal versucht mal alles aufzubauen damit man noch ein bisschen überleben können aus Jetzt hältst du E und sagst Respawn-Punkt setzen. Okay, habe ich. Ja genau, weil dann wenn du stirbst kommst du hier zurück.